Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Google One streicht VPN-Dienst nur auf Pixel-Smartphones Propel Exception. Google One, VPN-Dienst eingestellt, nur Pixel-Nutzer bleiben weiterhin dabei. Google One VPN-Dienst eingestellt, nur Pixel-Nutzer bleiben weiterhin dabei. Aktuelle Änderungen bei Google One? Der VPN-Dienst ist nicht länger allgemein verfügbar und wird nur noch von Pixel-Smartphone-Nutzern verwendet werden können. Das bedeutet, dass andere Gerätetypen von dieser Funktion ausgeschlossen sind. Seit seiner Einführung im Oktober 2020 hat der Google One VPN-Dienst einen wichtigen Teil des Sicherheits- und Datenschutzangebots des Unternehmens dargestellt. Durch die Verschlüsselung des Internetverkehrs konnte er dazu beitragen, sowohl die Privatsphäre der Nutzer zu schützen, als auch ihnen die Kontrolle über ihre Online-Aktivitäten zu ermöglichen. Eins. Die Entscheidung von Google, den VPN-Dienst auf Pixel-Nutzer zu beschränken, könnte als überraschend angesehen werden. Bisher wurde noch kein spezifischer Grund für diese Änderung genannt. Es könnte jedoch darauf hindeuten, dass der Technologie-Gigant sich stärker darauf konzentriert, einzigartige Dienste und Funktionen für seine eigene Hardware-Reihe anzubieten. Dies markiert nicht das erste Mal, dass Google eine Funktion oder einen Dienst speziell für Pixel-Geräte reserviert. Viele auf diesen Geräten verfügbaren Funktionen, wie zum Beispiel der NowPlaying Musikerkennungsdienst und die exklusiven Pixel-Designs, sind auf anderen Android-Geräten nicht verfügbar. Drei. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie diese Änderung bei den Nutzern ankommen wird und ob sie Auswirkungen auf die Verkaufszahlen der Pixel-Smartphones haben wird. Von diesem Zeitpunkt an wird Google One ohne ihren charakteristischen VPN-Dienst weiter bestehen, während Pixel-Smartphones ihren Vorteil aus dieser Änderung ziehen könnten. Autorendetails Anita Farke, Journalistin, Freitag, 12. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.